So, hoffentlich ist dann die Ladezeit irgendwann mal vorbei hier, Umweltresistenzen, naja, da gucken wir gerade, fix nach unten, was hast du, ach du bist, ach du bist wieder No-Bug. Vorsicht, die haben Spione überall. Ich weiß, aber halt Abstand, nicht dass ich dich stechen muss oder so. So, wir wollen nach Norden und dafür müssen wir erstmal nach Osten laufen. Da hinten wieder durch und dann gucken wir mal, wie wir da am besten weiterkommen. Hier liegt hier immer noch faul in der Gegend rum. Helios One. Da war so ein Schild. Was ist das da hinten denn für ein Teil? Das ist in diese Richtung, das könnten die Minen, könnten das sein. Das müssen sogar die Minen sein da hinten bei dem Wasserturm. Aber jetzt geht es erstmal hier weiter. Ach, hier ist er schon wieder, der komische Kauz hier, der letztes Mal schon nichts mit uns zu tun haben wollte. Jetzt wahrscheinlich immer noch nicht. Na ja. Gewicht von 20% haben wir. Ist also noch nicht so schlimm. Ab und zu mal schnell speichern. Sollte man nie vergessen. Na ja, wir wollen mal gucken, ob hier gleich, da hinten müssten gleich wieder irgendwo die Ranger kommen. Dann können wir einfach dran vorbeilaufen diesmal, denke ich. Hier kommt keiner gerade, da hinten, da brennt irgendwas, wie es aussieht. Und ich gehe jetzt hier einfach dran vorbei. Kampflos geben wir nicht auf. Darauf kann sich die Legion verlassen. Jawohl. Alles klar. Kein Problem. Ich würde gerne da hin, wo es hier brennt. Gucken, was das ist. Brennt das überhaupt? Oder ist das vielleicht nur Sand, der sich durch hier die Gegend schleudern lässt? Durch den verlassener Bruderschaftsbunker. Da können wir eigentlich auch mal versuchen hinzukommen erstmal. Das liegt ja quasi auf dem Wege. Dann können wir uns dann da mal hin kämpfen. Ich werde wieder schnell speichern. Das da unten, da war ich doch auch schon mal. Oder war ich hier noch nicht? Nein, hier war ich eindeutig sogar noch nicht. Was bist du denn für einer? Das ist die Legion. Ah, sieh mal einer an. Nehmen wir den Sturzpunkt hoch oder nehmen wir ihn nicht hoch? Das ist jetzt natürlich die Frage. Die Legion. Naja. Wir können ja einfach mal dran vorbeigehen. Gehen wir einfach mal dran vorbei. Tun wir mal so, als würden uns die gar nicht interessieren. Obwohl ich diese Viecher echt hasse. Diese Idioten. Scheiß Legion. NK ist genauso schlimm. Die stehen mir bei meinen Plänen im Wege. Meine Pläne, die Weltherrschaft an mich zu reißen. Das ist das, was ich jeden Abend mache. Ich war Pinky. Pinky der Schaf. Ja. Verlassener Bruderschaftsbunker. Da wollten wir hin. Ja, wer kennt Pinky der Schaf? Das kennen bestimmt auch einige, die das jetzt hier sehen. Zum Glück gerade keinen Gegner hier irgendwie. Bis auf der da. Du mein Freund, was hast du denn für eine Waffe? Lass mich doch mal sehen. Aber Caesar treu ergeben. Jaja, zeig doch mal die... Dreh dich nicht immer um, sonst muss ich dir doch noch einen Kopfschloss verpassen. Die ist natürlich auch recht nett. Das ist natürlich eine Idee, sich die jetzt zu besorgen. Wie sieht's denn aus mit der Legion? Wie sind wir dann da so? Äh, gucken wir mal. Äh, radio, lokale Karte. Stats. Stats muss ich bestimmt hin. Allgemeins Caesar's Legion. Verrufen bin ich. Äh, sieh an. Akzeptiert in der RNK. Das können wir jetzt eigentlich erstmal ändern. Der will nichts von uns. Das ist aber schade. Ich würde jetzt hier gerne die Legion auseinandernehmen wollen. Speichern wir doch einmal schnell. Und dann fangen wir mit ihm da hinten mal an. Den haben wir schon mal. Der hat auch eine nette Wurm auf dem Rücken. Dann ist noch einer. Das ist ein Kundschafter. Der hat, glaube ich, sogar ein Gewehr dabei, was wir brauchen können. Die wissen nicht, wo ich bin. Sie wissen nur, dass hier einer ist. Sie wissen auch nicht, von wo es... Jetzt haben sie mich gesehen. Der kommt gerade nicht näher. Das ist sehr gut. Gehen wir mal hier weiter. Den haben wir. Jetzt muss hier noch irgendwo einer sein. Jetzt ist nur die Frage, wo. Irgendwo rannte hier gerade einer rum. Die sind da oben. Jetzt möchte ich gerne erstmal das Gewehr hier haben, was er hier hat. Magnum. Cowboy Repetirer war das nämlich. Genau. Da kann man auch nie genug von haben. Und das nehmen wir auch mit. Und den Rest kannst du gerne behalten. So, jetzt ist die Frage. Da oben kommt einer. Mit der Legion lege ich mich zu gerne an. Das ist einfach ehrlich. Den haben wir auch. So, hier muss jetzt irgendwo noch der andere Typ rumliegen. Da ballert einer. Jetzt ist die Frage, wo kommt das gerade her? Da kommt das hin. Den haben wir schon mal. Sehr schön. Der macht einen schönen Salto rückwärts. So hat das auszusehen. Karawanenschrotflinte. Die ist sehr gut. Die mag ich. Gegengift. Auch sehr gut. Kaliber 20 Patronen. Nehmen wir natürlich alle mit. Zigarette. Die können wir auch mitnehmen. Den Rest kann er behalten. Waffen und Munition. Sollte man immer aufsammeln. Man weiß nie, wann man sie brauchen kann. So, was hat der denn so? Ameisen, Mektar, Gegengift. Ja. Machete, Wurfsperre. Die können wir auch einpacken. Den Rest kann er behalten. Wieso ist hier eigentlich... War so, als wäre da gerade eben einer neben mir gewesen. Aber das war wohl doch nur ein... Aufgespießte Köppe hier überall. Schön ist, Anercesis Legion. Die sind meistens nicht allzu doll gepanzert. Das ist sehr praktisch. Da hinten ist irgendwo einer. Stimmt auf dem Turm da oben. Der sieht mich aber nicht. Jetzt können wir uns mal hier so ein bisschen reinschleichen. Ich bin immer noch verrufen bei denen. Sie denken, wo... Ne, du siehst jetzt in der Tat nichts mehr. Sehr schön. Negativen Ruf erworben. Da wollte ich hin. Ich hasse diese Trottel. Cowboy Repertier. Äh, so. Den Rest kannst du gerne behalten. Oh, jetzt sind hier bestimmt noch mehr irgendwo. Da hängen wieder welche am Kreuz. Ist es Caesars Legion, dass die mal alle Leute kreuzigen müssen? Das gefällt mir gar nicht hier. Ich bin die Gerechtigkeit hier. Ich bin, äh, Judge Tricer. Entdeckt Nilsen. Ist keiner von der Caesars Legion. Das sind nur diese Jungs, die hier am Kreuz hängen. Ihn losbinden. Äh, ihn losbinden. Und ihn auch losbinden. Boah. Vorsicht! Ja, ja, ihr haut ab. Und ich habe jetzt hier den Spaß. Legionsrekrut. Das war das. So. Da muss noch ein... Da hinten, da kommt jetzt noch einer hier gerade. Na, komm doch mal näher. Komm doch mal her hier. Bei Fuß. Vielleicht freu dich mich doch eher mit der RNK an. Und, äh, mach hier die Legion platt. Mal gucken, wenn man sich für einen entscheiden muss, dann wird es wohl eher die RNK sein. Auf jeden Fall nicht die Legion. Jawohl, und da haut er auch schon ab. Ja, ich habe einen negativen Ruf bei denen. Das ist mir aber auch egal. Das kann gerne so sein. So, das nehmen wir mit. Für das aufgearbeitete Wasser. Und das nehmen wir auch alles mit hier. So, gibt es hier noch irgendeinen aus der Legion? Das ist einer von der RNK. Das ist ein Generator. Abschalten, den Generator. Abschalten. Der lässt sich nicht abschalten. So, RNK-Soldat. Bedankst du dich jetzt auch vielleicht mal oder so? Naja, ist ja auch Wurst. Gehen wir mal weiter gucken, was wir hier sonst noch so finden können. Ha, hier ist anscheinend nichts. Hier können wir rein. Na, das ist ein Baracken. Können wir da mal reingucken. Ja, anscheinend haben die wirklich hier die RNK-Leute überfallen. Und dann hier. Das kenne ich doch alles irgendwo hier. Das kommt mir verdammt bekannt vor nach... Wie hieß denn dieser Antikriegsfilm noch? Da komme ich jetzt gar nicht drauf. Full Metal Jacket. Der Typ, der sich da im Klo erschossen hat. Das erinnert mich so ein bisschen daran. Das sah nicht so aus, aber es erinnert mich da doch ziemlich dran. Aber, was wollen Sie, Nelson? Äh... Ich, äh... Wer sind Sie? Ich bin ein Diener Caesars. Und ich bin ihm auf ewig dankbar, dass er mich aufnahm, als er mich als Kind am Ufer des großen Salzsees fand. Okay. Seit fünf Jahren habe ich die Ehre als Dekan zu dienen. Mit etwas Glück werde ich Caesar bis zu meinem letzten Atemzug dienen. Das können wir einrichten. Ich hoffe, damit ist Ihre Neugier befriedigt. Denn ich werde nicht weiter Caesars Zeit damit vergeuden, über mich zu sprechen. Auf Wiedersehen. Ave. Caesar, Feuer geben. Oh, hier sind ja noch mehr. Was haben die überhaupt gemacht? Mal ehrlich, was soll das? Speichern wir doch hier hinten mal schnell. Kritischer Schleicheingriff auf totes Meer. Soviel bis zum letzten Atemzug. Ja, und jetzt werden wir dich mal... Na, wer traut sich von euch zuerst hier durch die Tür? Das war der Erste. Und da kommt der Zweite. Okay. Okay. Das muss ich nachladen. Links vorbei, rechts vorbei. Und da hat er es auch schon hinter sich. Das ist ja sehr schön. Auch wenn die vielleicht eine Quest für mich gehabt haben, aber die Caesar's Legion, die ist mir echt zuwider. Den Helm wollte ich eigentlich... Und die Rüstung wollte ich eigentlich hier lassen. Na, egal. Gegenstände, Klamotten, die kriegt er wieder. Diese hier, die kann er gerne wieder haben. Okay.